Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Andermai. Mein Name ist Queen Tarn, wir schreicheln den Hund. Da unten sitzt der Penner, der Kannibale. Meine Mannschaft und ich wurden hier eingesperrt, weil wir unerlaubterweise in die Verliese eingedrungen sind. Ein Wunder, dass die Waffen uns nicht gleich vor Ort getötet haben. Der Zauberer hat uns auf der Suche nach etwas hergeschickt, aber wir haben es nicht gefunden. Warum haben wir ihn jetzt? So, wir wollen diese Runde, diese Runde wollen wir mal, ähm, mal nicht so viel Gold ausgehen, sondern das Gold auch mal mitnehmen. Chance auf Vergiften der Treffer. Äh, hier, oh, sauge deinen Feinden das Leben aus. Darf ich das auch behalten oder wird es geklaut? Oh, ich sauge das Verhalten. 1200. So. Das heißt, wir streichen den Hund. Ne? Wir nehmen ein Schlüsselmiet. Nein. Wir geben kein Geld aus. Kein Geld der Welt wird ausgegeben. Außer wenn es gut ist. Ach, ich weiß das nicht. Das ist alles so schwer. Aber wir haben in der letzten Folge nicht so viel... Oh, Schlüssel, Bombe, alles dabei. Wir haben in der letzten Folge nicht so viel Gold behalten dürfen, weil wir alles ausgegeben haben. So, wir kriegen hier direkt ein Zelt. Das ist schon gut. Hier haben wir ein Segen. Beziehungsweise Fluch entfernen. Mal gucken. Ein Raum. Okay, da fängt ja eigentlich schon mal recht gut an. Kann man mit arbeiten. Das hatten wir nochmal auf das Podesta links gelegt. Weiß das gar nicht mehr. Ach ja, diesen Spiegel. Was haben wir? Nein. Oh. Ähm. Wenn wir die Dinger jetzt hauen, ne? Heilen wir uns jetzt dabei? Oder nicht? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir leben, aber? Können wir leben? Oh, hier ist einfach nichts. Okay. Das war zum Verdoppeln oder so, ne? Ich glaub, das war zum Verdoppeln gewesen. Mal gucken. Ja, wir heilen uns. Ach so? Nee. Nur wenn wir... Also so nicht. So ja. Also wir müssen schon richtig hinhauen. Okay. Ja, dann... Komm, so ein Altar nehmen wir mit, oder? Auch schon wieder interessant, ne? Mehr Leben. Vielleicht kriegen wir ja einen schönen... Einen schönen Trank, der wieder alle Flüche wegmacht. Oder wir finden so... Irgendwie was, was... Ähm... Flüche wegmacht. Kann ja alles passieren, ne? Oh, schlafen wollen wir nicht. Er kann eigentlich alles schön zerstören, ne? Aber das kann auch dauern, ne? Schnarch. Schnarch. Nee, komm weg. Das ist mir zu doof. Mach doch mal nur ein und... Komm, hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Uh, da möchte ich ungerne drinnen stehen. Brenne. Oh, da ist ein gekochter Fisch. Oh, ein Indianerhut. Entdecke mehr geheime Räume. Guck mal, damit entdecken wir geheime Räume. Und mit dem anderen Ding entdeckt man geheime Räume in geheime Räume. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Wenn man beides hat, dann... Jackpot, oder? Oh, ich hab vergessen. Hallo. Hat er sich nicht vor dem Patch noch selber gehauen mit dem Ding? Ich bin der Meinung, ja, ne? Schließel. Schließel und Bombe. Nix. Weg. Ja, und den Goldtrang haben wir jetzt auch nicht getrunken, ne? Okay. Mal gucken, was Billy hat. Billy! Billy hat altes Essen in Truhe finden. Ah, brauchen wir. Das ist einfach göttlich. Alte zwei Tränke als Beute. Nö. Weil damit überleben wir ja wenigstens ein bisschen. Weißt du? Ja, ein bisschen Gold muss man ausgeben. Ich muss normalerweise auch alle Schlüssel und Bomben kaufen. Und Bomben jetzt vielleicht nicht, weil Bomben hatten wir ja schon öfters mal. So viele, dass wir gar nicht da hinterher kamen, die alle auszugeben. Wihuuuah! Wihihi! Wihihi! Fun! Guck mal, easy. Und nicht ein Fisch. Autsch! Autsch! Okay. So, da können wir wieder ein Sägen. Nein! Oh, Mann! Alles verkackt. Da links, die drei Steine und... Heilung ist wirksamer. Glaub ich, ist besser, weil wegen Essen in der Truhe. Freitschlüssel haben wir noch. Wenn nämlich jetzt auch noch das Gold heilen würde und so. Ach, was wäre das alles herrlich. So, was haben wir? Platte. Verdoppele alle grundlegenden Gegenstände. Essen verdoppelt sich. Und so ein Schlüsselbund, oder? Ups. Das war kein Schlüsselbund. Okay, 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 okay. Versuchen. Uh, noch mal Schlüsselbund. Okay, 7, 6 sieht schon mal gut aus da oben. 7, 6 sieht schon mal sehr gut aus. Aber da wir ja jetzt auch so viele geheime Räume finden... Ähm, heißt das ja nicht, dass es unbedingt jetzt mit der Bombe... ...und man's halt... ...so gut läuft. Heilen tun wir uns zum Glück. Okay, es kann nur besser werden. Uh, 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 uh. Jetzt haben wir beides. Geheime Räume finden und in geheime Räume geheime Räume finden. Ah, jetzt ist aus. Also, wie sollen wir so viele Bomben... ...zusammenkriegen? Jetzt ist aus. Vorbei. Din, 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 din. Let's go, weiter geht's. Das dauert aber mittlerweile auch schon immer ein bisschen länger, ne? Guck mal. Oh, schnarch. Jetzt fehlt hier ein Level. Oh, Bombe. Sehr gut. Oder am besten noch, wenn wir das kriegen würden... ...vom wegen... ...dass wir unsere Bomben wiederkriegen. Jawoll. Nein, Schüssel. Den vielleicht auch noch. Ah, so weit kommt er nicht. Ich hoffe, ich mache mir den One aber nicht damit kaputt... ...dass wir so viele Flüche dann wieder haben. Damit kann man sich die Ones ja ziemlich kaputt machen. ...kriegen wir auch das hier kaputt, sag mal? Der hat ja eigentlich auch immer Sachen dabei. Ja, okay. Aber nix dabei. So, was erwartet uns hier? Oh, ja. Oh, ja. Segen erhalten. Grausamkeit. Also, jetzt haben wir die Grausamkeit nicht, aber wir haben das Rezept dafür. Oh, Baby. Oh, Gott. Hier ist ein Fluch. Oh, Gott. Ich weiß nicht, ob wir den Fluch nehmen sollen. Aber es könnte schon wieder scheiße werden. Oh, hier ist auch ein Fluch. Was war dieses Schwindel? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich nach. Oh, Mann. Oh, Mann. Wieso mache ich sowas? Entfernt einen Fluch. Okay, was haben wir denn? Weniger Wurfschaden. Bombe kostet zwei. Bombe kostet zwei. Will ich nicht. Das war der falsche. Wieso kann ich da nicht dran vorbeilaufen? Und du? Jawohl. So lobe ich jetzt mir. Das ist aber die Bomben zwei jetzt. Sie bomben mir aber jetzt zwei Dinger kostet. Das ist aber gar nicht so schön. Wir wissen jetzt noch, wenn sich das Volk verdoppelt. Guck mal, vielleicht hat er noch irgendwas schönes. Fünf Flüche zerstören, bitte. Oh ja, er hat das tatsächlich. Was ist das? Absorbiere Gold und erhalte einen Rabatt im Laden. Wir haben gar kein... Ja, kein Ding so mehr. Was könnten wir noch? Okay, zwei Flüche und dann let's go. Jetzt bin ich wieder guten... Jetzt bin ich wieder gut... ...guten Gewissens. Viele Skeletze laufen jetzt hier immer rum, ne? Da ist noch Gold. Uh, da guckt ihr das Essen an. Es hat sich verdoppelt. Kann ich auch mitnehmen. Ob ich das benutze, ist eine andere Frage. Vor allem so diese Kombination. Eine Kiste aufmachen, kommt auf jeden Fall Fleisch raus. Und dann... Oh, mal gucken, ne? Einfach weg damit jetzt. So, wir sind wieder im Verlies. Und hier ist wieder unsere Todeszone. Nein, ich... Gutes Gefühl habe ich. Gutes Gefühl. Allein schon Lebensraub und wir haben das hier und... Es kann eigentlich nichts passieren. Wir haben Bomben ohne Ende. Auah. Auah. LOL. Das war nicht sein Ernst, oder? Okay, gehen wir erstmal in den Laden. Einfach mal gucken. Was hast du das? Wie das? Für 50 Lehm könnte man alles um... Polen. Finden aber viele Schlüssel in dieser Hunde, ne? Halt! Wenn mal was haben wir noch für Tränke... Heilen? Flüche? Fällt es nicht mal ein Löcher. Hey, er kommt trotzdem an mich ran. Was? Warum? Unmöglich. Gehen wir erstmal rechts lang. Guck mal, wenn man die kaputt macht. Oh Gott. Oh, und das kostet ja zwei. Stimmt ja. Weil der blinkt so. Das heißt... Dass der ja auf jeden Fall... Aua. Bestellt euch gegenseitig. Stress pur hier. Oh, ich brenne. Brenne ist gar nicht gut. Halte ich mich auch an den? Nein? Nee. Das haben sie... Das haben sie... Daran haben sie gedacht, wa? Dass man sich an denen zum Beispiel nicht hochheilt. Ich bin gleich tot, wenn es so weiter geht. Obwohl ich mich hier an allem möglichen heile, ne? An den Gegnern. An Gold. Einer ist effektiver. Am besten ist das jetzt, wenn wir eine Kiste kriegen würden. Und da das ganze Fleisch raus hoppelt. Ja, man hat es richtig gehört. Es hoppelt da raus. Immer noch drei Flüche. Schwing, schwing. Das Essen hat sich nie verdoppelt. Ärgerlich. Okay, das war das. Okay. Meine Damen und Herren. Diese Runde wird die Runde sein, die uns am weitesten bringt. Verzeih euch. Nein, das passiert so eine Scheiße. Oh, ich habe das Goldschlick zerstört. Okay, die Türen sind auf. Oh. Den nehme ich mal eben mit. Häää! Nicht zu mir. Es brennt hier. Häää! Weg! Okay, dafür brauche ich kein Bombe, weil die können wir auch so machen. Hier ist wieder Heilung. Ja, das Fleisch verdoppelt sich. Voll! Ah, komm mal, so schnell sind wir wieder voll. Und bei sowas ist das dann auch gut, wenn wir den Einflug hätten mit, dass wir zum Beispiel keine Bomben, äh, keine Schlüssel mehr bräuchten, sondern, dass wir, oder kein Geld mehr bräuchten. Ich kriege auch so viele Bomben, aber nur leider kostet das halt zwei, ne? Aua. Okay, mal gucken, was Billy hat. Billy, was hast du für uns? Billy hat einen Fluch entfernt. Oh ja, gut! Das Richtige ist entfernt worden. Das Richtige ist entfernt worden. Die anderen beiden, das sind ja eh nur schwache. Heilung nicht so effektiv. Verringert die Menge des Goldes. Tränke sind mir eigentlich egal. Fläsch bräuchten wir nicht. Schlüssel haben wir auch genug. Weil den Trang, den behalte ich lieber noch, Waste. Falsche Gegenstände. Acht Schlüssel. Acht Schlüssel dann, oder? Gib mir den nicht auf den Sack. Ich glaub, das machen wir, oder? Wir tauschen die Gegenstände durch. Als Schlüssel können wir mehr gebrauchen als Dingsen. An Stärke haben wir halt noch gar nichts, ne? Ich nehm mal ein bisschen Stärke. Was haben wir dafür gekriegt? Senkt die Wurfgeschwindigkeit. Naja, ist ja nicht so schlimm. Zwei Plätze haben wir noch für Flüche. Solange die sich stacken, zum Beispiel der eine hat ja zwei. Das heißt, das ist ein Fluch, der ist zwar stärker. Aber der braucht nur einen Platz. Aber Lensraube ist auch stärker geworden, ne? Oh ja, jetzt kommen die Flüche. Jetzt kommen die Flüche. Zwei Flüche dürfen wir haben. Wenn sie sich stacken, dann brauchen wir halt noch einen. Also hier würden wir zwei kriegen. Wenn du Feinde mit Bomben tötest, werden neue Bomben gespawnt. Getragene Bomben verringern den Schwingen und Dingsen. Oder das, ne? Erhalte in jeden Raum vorübergehend Bomben. Zwei könnten sich eventuell stacken. Eventuell. Ist nicht mal sicher, ne? Wenn du Feinde mit Bomben tötest, mach ich ja sowieso nicht. Ne, das ist mir zu riskant. Ne, die sind doof. Ne, ne. Wir werden noch genug Flüche abkriegen. Allein schon durch die lilanen Kisten immer. Die ich dann ja unbedingt auch aufmachen will. Guck mal, da können wir wieder einen Fluch zerstören. Ganz urwillig, ne? Bumm. Der ist schon mal weg. Oh, da könnten wir noch einen Fluch zerstören. Tja, jetzt sind alle Flüche weg. Ne, jetzt kriegen wir neun. Toll, der Name. Okay. Ja, die Schwachen, die sollte man vielleicht auch sammeln. Oder? Schwachen Flüche. Weil die stacken sicher. Und dann werden die ja trotzdem mit einem Schlag weg. Oh nein, ich auch. Ich bin auch geflogen. Aber auch nur, weil das Springen so ganz komisch ist. Also das Springen ist wirklich ganz komisch hier in dem Spiel. Aber er funkelt auch. Und dafür kriegen wir nichts, obwohl er funkelt. Ich glaube, wenn er funkelt, bedeutet das Geheimnis. Dann haben wir nur noch drei Bomben. Ein paar Schüffel haben wir ja noch. Kriet. Opfern. Oh yeah. Fleisch hat sich leider nicht verdoppelt. Sprenganzug. Ah ja. Hallo. Zum Glück haben wir hier heilen. Also allein durchs angreifen. Fleisch hat sich nicht verdoppelt. Dann durch das Gold. Läuft schon ein bisschen, würde ich sagen. Ein bisschen läuft das hier schon. Nur uns gehen die Bomben aus. Und Flüche kriegen wir irgendwie gar keine diese Runde. Bombenschaden oder Bombengröße. Irgendwie so. Wir brauchen Bomben. Hatte Billy Bomben? Nee, er hat auch nur Schlüssel. Das hier weiß ich nicht. Bevor er seine Gruppe verloren hat, war Quartz so unsichtig, einige Dinge zu verstecken. Was heißt das? Können wir das einfach mal holen? Nee, ne? Können wir ja mal das hier machen. Wird geil, wenn wir beten. Können noch mal. Nee. Nee. Das haben wir überlegt, aber nee. Davon kriegen wir auch schon wieder ein paar. Der Goldene soll mal wieder kommen, ne? Der Goldene Langfinger. Die Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Und wir leben noch. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob wir gleich sterben würden. und einmal heilen haben wir ja auch noch, ne? Darf man nicht vergessen. Und keine Bomben haben wir auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Oh, zwei Bomben. Die kommen ja wie gerufen, ne? Wie gerufen kommen sie. Wie gerufen kommen ja einfach so ganz spontan drei Bomben reingeflarrt. Die auch noch? Nee. Schade. Also einmal heilen können wir noch. Und wir haben 400 Leben. Das haben wir auch nicht vergessen. Echt viel Leben. Und wir haben noch fünf Plätze für für Fünf Plätze für Flüche. Das wollte ich sagen. Oh. Kannst du noch leider hören? Sehr gut. Oh, ja. Oder wie viel Leben wir da oben haben? Hallo. Julio. Da oben ist noch Gold. Vorher ich das vergesse. Treti wird mal Level 3, bitte. Fleisch können wir ja jetzt auch wieder, weil wir eine Kiste gefunden haben. Fünf. 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 Oh, ja. Sogar zwei. Fleisch. Na? Kommt er mir einfach entgegen. Aber Geheimnisse finden wir irgendwie fast gar keine, ne? Finde ich irgendwie komisch. Wie viel Gold haben wir denn? 3500, also goldmäßig haben wir noch gar nichts erreicht. Das ist dieser Magier. Feti, ordentlich am Einsammeln, okay. Warum ist hier so wenig los, was Dingsen angeht? Erstmal einen schönen Fluch. Ein bisschen mehr Heilung. Stärke. Es muss die Stärke sein. Das ist ein Fluch, der interessiert uns eigentlich gar nicht. Weniger Wurfschaden. Jetzt nicht so wild. Was hat Billy? Billy hat doch noch mal ein paar schöne Sachen, oder? Billy hat zum Beispiel eine Bombe finden in jeder Truhe. Das hat Billy. Billy weiß nämlich, wie es richtig geht. Entferne einen Fluch. Den können wir kaufen, benutzen aber nicht. Den benutzen wir später. Und den nehmen wir auch und die Bombe nehmen auch. Ja, jetzt haben wir halt wieder ein bisschen Gold ausgegeben. Diese Runde wird halt keine Goldrunde. Ist halt so. Aber wenn man so eine gute Runde hat, was sollen wir machen, ne? Weil wir sterben haben wir einfach nichts erreicht. Na gut, wir haben ein paar Rezepte halt freigeschaltet, ne? Das haben wir erreicht. Wir haben einen Fluch gekriegt. Ich muss gleich mal gucken, was das ist. Ich guck jetzt mal hin. Gegenstände werden besonders empfindlich. Das heißt, wir dürfen die Sachen nicht hauen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist jetzt auch kein Fluch, wo ich sagen würde. Ähm, lass mal den Trank nehmen. Den einzelnen. Oh, mein Gold wird ja zerstört. Stimmt ja. Habe ich gerade all mein Gold zerstört? Habe ich das getan? Nein, habe ich nicht getan, ne? Nein, ich glaube, ich komme gleich wieder an. Dä ne 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 ne. Da 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 da. dieser scheiß totenbeschwörer so können wir ja gar nicht können uns auch an dem skelett glaube ich nicht aufheilen leider nicht nein mein fleisch der flug ist schon ein bisschen doof wenn man nicht aufpasst ganze gold was man zerhaut das essen schon eine gute gold ja mal in ja ohne bombe ok mal gucken was kriegen wir denn jetzt hier das kennen wir auch noch gar nicht steigert die bewegung angriffen wolfgeschwindigkeit zu beginn zu beginn des kampfes okay das ist neu noch ist kein kampf bombe boah lol er ist einfach okay aber wenn er keine anderen hobbys hat nochmal das oder heilung heilen ist effektiver jetzt haben wir drei flüche so was hast du für mich was ist das verdoppel deine bomben oh ja alle holen wir den holen wir den so oh ne ich hole sie nämlich auch noch mit heilen können wir uns auch noch ne ok wir haben 30 bomben oh junge 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 aber wo bleiben die ganzen geheimräume wo sind sie alle es wird eine gute runde hier und eine lange runde müssen folgenpause machen folgenpause ihr gehört folgenpause tweetys level 3 und du bist morgen wieder dabei also schalte ein bis morgen tschüss bis dann 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 bis Bis zum nächsten Mal.